Hallo meine Lieben, ich bin euch Thomas aka Sparkoyote. Heute auf diesem Kanal wieder mal ein kleines Reselling-Video. Ich mache ja grundsätzlich auf diesem Kanal ja eigentlich keine Reselling-Videos mehr, die finden alle auf dem Spiel-Koyote-Kanal statt. Können die heute auch gerne mal hier abchecken, aber dennoch wollte ich im Dezember auch mal noch ein kleines Reselling-Video machen, um auch so ein bisschen alle Leute, die den anderen Kanal noch nicht kennen, ja, darauf aufmerksam zu machen und auch Mehrwert für die Reselling-Community zu bieten, insbesondere im Trading Card, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und anderen Kartenspielbereichen. Und ich möchte in diesem Video einfach so ein bisschen aufzeigen, wie man vielleicht vor allem am Anfang starten kann, sich einen Warenbestand aufzubauen, wie das funktionieren kann und was da die genauen, ich sage mal, Prinzipien sind, um längerfristig im Reselling-Business oder als Reseller, als Händler erfolgreich zu agieren und das nebenberuflich oder sogar vielleicht dann mit der Zeit auch über die Jahre hinweg dann Vollzeit zu machen. Eines vorweg, bevor wir hier loslegen, würde ich mich super freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert oder zumindest den Kanal Spiel-Koyote, wenn euch das Thema Reselling interessiert, da da einfach regelmäßiger zum Thema Trading Cards Videos auf dem Kanal folgen. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen und ich sage mal, wir legen los. Und wie ist es eigentlich mit dem Lager? Wie baut man sich das auf? Ich möchte da ein kleines Beispiel geben und zwar, nehmen wir jetzt mal an, jemand fängt an, ich sage jetzt mal, zu resellen. Und er nimmt sich jetzt zum Beispiel gerade aktuell vielleicht die Pokémon-Nische zu Gemüte und fängt vielleicht mit 10 Euro an. Mit 10 Euro denkt man sich, hey, mit 10 Euro kann man gar nicht starten. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ich möchte euch dennoch ein paar Beispiele geben. Ich habe hier zum Beispiel Schimmernde-Legende-Booster-Packs. Das sind Pokémon-Karten. Und diese Booster-Packs, wenn man da etwas gescheit schaut, findet man vielleicht so für 4 Euro. Heißt, ich könnte mein 10 Euro bereits für 2 Booster oder 2,5 Booster kaufen. Also gehen wir mal davon aus, ich kann 2 Booster für diese 4 Euro kaufen und ich komme noch relativ günstig vielleicht an einen Vivid-Voltage-Booster. Wenn ich Glück habe für 2 Euro, 2 eher für 3 Euro. Aber sagen wir mal, wenn ich Glück habe, bekomme ich diese drei Dinge für 10 Euro. Das sind jetzt original verpackte Waren. Wenn ich diese aber allerdings verkaufe auf dem Markt und vielleicht auch an den Endkunden verkaufe, kriege ich für die jeweiligen Schimmernde-Legende-Booster vielleicht je 8 Euro, also das Doppelte. Und für Vivid-Voltage bekomme ich vielleicht 4 Euro. Das heißt, ich habe hier 16 und 4, 20 Euro. Ich konnte mein Geld verdoppeln. Klar sind da vielleicht noch Gebühren drunter und so weiter. Dann können wir auch konservativ rechnen. Wir nehmen da 10% einfach mal schon direkt weg. Dann sind wir bei 18 Euro. Wir sind dann immer noch bei 8 Euro Gewinn. Und jetzt denkt man sich, ja krass, du hast jetzt hier die ganze Arbeit geleistet für 8 Euro Gewinn. Aber falsch gedacht. Wir haben jetzt nämlich 18 Euro. Nehmen wir mal an, wir können weitere Schimmernde-Legende kaufen für 4 Euro. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal 4 Booster-Packs. Für 16 Euro haben wir noch 2 Euro übrig und kaufen noch meinen Vivid-Voltage. Jetzt haben wir einen Vivid-Voltage und 4 Schimmernde-Legende. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal. Wir können diese 4 Booster hier für 32 Euro verkaufen. Und dieses hier für 4 Euro, dann sind wir wieder bei 36 Euro. Dann werden wir unser Geld wieder verdoppelt. Nehmen wir 10% wieder weg. Das sind ungefähr 4 Euro. Dann sind wir bei 32 Euro. Jetzt überlegt mal, wie viel von diesen Schimmernden-Legenden könnt ihr für 32 Euro kaufen? Richtig gedacht. Das sind 8 Booster-Packs. Das ist das Doppel von dem hier, was ich gerade hier habe. Und das ist natürlich ein Prozess, der dauert nicht irgendwie 1 Tag oder 2 Tage oder so, sondern bis man diese Trades hin und her macht, dauert das vielleicht 1-2 Wochen, wenn man da relativ zügig an der Sache dran bleibt. Vielleicht aber auch 3 Wochen oder einen Monat, wenn man sich da Zeit lässt. Aber alles fängt eben so klein an. Und ich möchte hier ein paar, ich sage jetzt mal, Anekdoten kann man da vielleicht sagen oder einfach ein paar Storys von mir erzählen, wie das bei mir damals angefangen hat. Ich habe ja damals schon in der Lehre, sage ich mal, das Ganze etwas professioneller gestartet auf Plattformen wie zum Beispiel Ebay und Co., also Marketplaces. Also jetzt nicht direkt den eigenen Webshop, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Und habe genau das gemacht. Für mich waren dann zum Beispiel Deals, wo ich zum Beispiel auf Facebook Marketplace gewesen bin, da Dinge rausgesucht habe und mir gedacht habe, hey, das wäre doch ein Deal, das kaufe ich, hin und her diskutiert und so weiter. Also das heißt im Prinzip, ich habe dann vielleicht, sage ich mal, 30 Leute angeschrieben und von diesen 30 Leuten ist dann ein Deal zustande gekommen und den habe ich dann gekauft. Das waren dann vielleicht 100 Franken in meinem Fall, die ich da ausgegeben habe für Spielkarten, für teilweise Videospiele, Konsolen und so weiter. Habe das dann gekauft für diese 100 Franken, das dann versucht zu verkaufen natürlich mit einem Gewinn zum entsprechenden Marktpreis und habe dann vielleicht aus diesen 100 Franken schlussendlich dann netto abzüglich Gebühren und Co. vielleicht dann noch 160 Franken übrig gehabt, also sprich 60 Franken sozusagen on top gehabt. Dieses Geld habe ich dann wieder genommen, um weitere Dinge zu kaufen. Vielleicht zwei Sammlungen, 80 Franken oder eine für 100 und eine für 60 Franken und habe das immer wieder wiederholt. Und habe dann natürlich auch Geld von meinem Lehrlingsgehalt dazu genommen und da noch etwas dazu genommen, das Geld, damit ich doch nochmal etwas mehr kaufen kann und habe das sukzessiv über die Jahre aufgebaut. Und je öfters man diese Transaktionen macht, umso größer wird dann auch das Kapital, mit dem man hantieren kann und halt Waren einkaufen kann. Wenn man jetzt diesen Trade hier mit diesem Vivid Voltage und diesen schimmernden Legenden, ich sage jetzt mal über ein halbes Jahr hinweg macht, wird aus diesen 10 Euro tatsächlich mehrere 100, wenn nicht sogar 1000 Euro oder mehr, wenn man das effizient macht und da auch etwas Zeit und Energie rein investiert. Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, wo ich mir halt auch sage, dass Reselling halt vor allem auch was ist, mit kleinem Kapital kann man starten, also schon ab 10 Euro oder weniger kann man starten. Es dauert einfach entsprechend seine Zeit und irgendwann, das ist so ein bisschen auch der Punkt, für mich waren damals, wo ich gestartet habe, Deals von 100 Franken schon sehr viel Geld. Das heißt, ich habe dann vielleicht im Monat, wenn es hochkommt, für ein paar hundert Franken und das war dann schon sehr viel Geld damals für mich, Waren eingekauft. Wenn wir, ich sage jetzt mal, 8 Jahre nach vorne spulen auf heute, das lohnt sich für mich gar nicht mehr, Deals für 100 Franken an Land zu holen. Also in der Regel standardmäßig, wenn ich irgendwelche Deals mache, reden wir von mehreren tausend, wenn nicht sogar 2, 3, 4, 5.000 oder 6, 7.000 Franken, manchmal sogar auch fünfstellige Deals, wo ich bei jemandem oder bei einer Firma direkt für diese Menge an Geld auch entsprechend Waren bekomme zu einem bestimmten Preis. Ob das jetzt Neuware ist, Gebrauchtware, eine Sammelauflösung, das ist in dem Kontext völlig egal. Das heißt zum Beispiel, für mich lohnt es sich heutzutage, acht Jahre später gar nicht mehr, ich sage jetzt mal, vier Booster für 16 Euro irgendwo zu kaufen als Deal, auch wenn ich weiß, dass ich sie für das Doppelte verkaufen kann, weil ich einfach viel zu wenig Geld bewege. Aber der große Punkt ist, und das muss man auch verstehen, um überhaupt mal an so einen Punkt zu kommen, muss man aber auch am Anfang halt diese kleinen Deals machen und sich hocharbeiten, wenn man das Kapital nicht von irgendwo anders bekommt oder verdient. Das heißt, man kann sich da langsam stetig aufarbeiten und das Ganze dann eben auf solchen Plattformen wie Ebay machen. Also viele, also ich sage es mal so, viele der Reseller, die ich persönlich kenne oder die auch im Patreon bei mir sind, die verkaufen hauptsächlich auf Ebay und machen das mehr oder weniger relativ erfolgreich tatsächlich und kaufen da auch schon relativ viel Ware ein. Bei den einen oder anderen ist es sogar so, dass sie dann vielleicht auch ihren Hauptjob reduzieren in der Arbeitszeit, damit sie mehr im Reselling arbeiten können, weil sie dort schon etwa gleich viel, teilweise sogar auch etwas mehr schon verdienen, als im eigentlichen Job, den sie haben. Mit dem Unterschied, dass das Einkommen beim Reselling vielleicht noch etwas zu sehr schwankt, dass sie sich sagen würden, sie wollen das Vollzeit machen und lieber noch ein bisschen warten, das Ganze sich noch erst entwickeln lassen und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht sagen, hey, jetzt möchte ich Vollzeit-Reseller werden. Und ich möchte jetzt vielleicht auch noch so zum nächsten Punkt kommen. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch auch kurz noch den Webshop zeigen, dass man auch sehen kann, was dann über die Jahre passieren kann, wenn man entsprechend auch an so einem Resetting-Business dranbleibt, sich im Prinzip bei Null auf das Ganze aufstartet und anfängt mit 10 Euro und zwei Shining Legends Booster und ein Vivid Voltage Booster sich dann nach und nach immer weiter ein Lager aufbauen kann, theoretisch sogar ohne neues Kapital reinzupumpen. Und wenn man sogar neues Kapital reinpumpt aus seiner Lehre, aus seiner Ausbildung, aus seinem Job und so weiter, von der Sparquote, dann kann das nochmal etwas schneller wachsen, wenn man auch mehr kaufen kann. Das habe ich dann schlussendlich dann auch mit der Zeit dann auch gemacht. Ich habe dann nicht nur Kapital genommen, was ich von Anfang da drin hatte, sondern habe dann auch immer einen Teil meiner Sparquote auch in mein Resetting-Business reininvestiert und nicht nur in Aktien und Investments. Und wenn wir uns das mal anschauen, über diese Jahre hinweg hat sich das natürlich entwickelt und jetzt gibt es auch schon seit einigen Jahren einen Online-Shop dazu. Nächstes Jahr ist dann der nächste Step, da wird dann eine AG draus gegründet, wo tatsächlich so oder so laufen wird, weil der Online-Shop ist in Kooperation mit meinen Eltern sozusagen aufgebaut worden. Also sprich, ich habe den Online-Shop aufgebaut, alles drum und dran, auch das ganze Marketing gemacht und so weiter. Und sie verkaufen auch ihre Waren darüber. Das sind dann zum Beispiel Comics, Bücher und Co. Und mein Bereich sind dann die Games und vor allem auch die Trading-Karts, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und andere Kartenspiele. Und nächstes Jahr wird es dann eine AG dazu geben, wo ich tatsächlich dann auch der Geschäftsführer bin und 100% des Unternehmens besitze, aber ich meine beiden Eltern entsprechend auch 100% anstellen kann, ihnen da ein gutes Gehalt zahlen kann entsprechend und auch entsprechend für die Vorsorge jetzt noch in den letzten paar Jahren da noch etwas machen kann, weil sie ja bisher auch selbstständig gewesen sind. Das ist dann auch noch so etwas, der Business-Aspekt, den ich da noch so ein bisschen reingebracht habe, das Ganze mehr zu skalieren. Und wir können uns ja mal den Webshop ganz kurz anschauen. Da hat sich über die, ich sage jetzt mal, Jahre auch sehr gut entwickelt, ist auch schön gewachsen und hat dann auch immer wieder mehr Verbesserungen bekommen, ob das jetzt designtechnisch, funktionstechnisch gewesen ist. Hat sich das einfach über die Jahre einfach entwickelt und da sieht man relativ gut, was wir da halt alles Mögliche anbieten. Da sieht es zum Beispiel einfach die Startseite, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann und da gibt es dann auch verschiedene Kategorien. Ich habe jetzt einmal was vorbereitet, das ist jetzt zum Beispiel die Pokémon-Kategorie und da sind halt auch viele exklusive verschiedene Waren, aber auch neue Waren, aber auch ältere Produkte drin, die jetzt vielleicht nicht jeder Online-Shop ready hat oder auch einfach Vintage-Produkte zum Teil auch, die wir anbieten, die zum Teil 15, 20 Jahre alt sind entsprechend. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man sich dann das Ganze auch auf professioneller Basis dann auch längerfristig machen möchte. Und einfach, um da auch mal so ein bisschen im Kontext zu zeigen, Der Großteil des Umsatzes in diesem Online-Shop basiert tatsächlich rein auf Trading Card Games, also wir reden hier tatsächlich von deutlich über 85 bis 90% des gesamten Umsatzes, basiert ausschließlich auf Trading Card Games und das ist unglaublich. Also wenn wir uns mal anschauen, ich habe damals gestartet auf ähnlichen Plattformen wie Ebay, habe da ein paar hundert Franken an Umsatz pro Monat gemacht, dann die ersten Tausender und dann ging es relativ lange, bis ich mal in einem Monat 10.000 Schweizer Franken Umsatz gemacht habe und heutzutage, wenn man das mal auch anschaut, Stichpunkt einfach heute zum Beispiel kann ich darauf zurückschauen, die letzten 30 Tage an Umsatz, die gewesen sind, sind knapp 28.000 Schweizer Franken Umsatz gewesen und das ist halt schon relativ eine krasse Sache. Das ist eine sehr krasse Summe auf den Bereich, wo wir jetzt auch tätig sind, Trading Card Games vor allem, wobei jetzt Comics, Bücher und so weiter jetzt auch ein bisschen mehr anlaufen, aber es ist schon eher ein Trading Card Online-Shop. Einfach das nochmal so als Hintergrund, dass man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann. und das Krasse dabei ist halt auch einfach, dass dieser Online-Shop halt entsprechend dadurch entstanden ist, dass ich halt vor allem das Hobby Trading Cards habe, schon seit ich denken kann, also bevor ich lesen konnte, habe ich schon mit Trading Cards gespielt und in der Hand gehabt und gesammelt und das dann über die Jahre hinweg immer mein Hobby geblieben ist und ich aus diesem Hobby halt einen Online-Shop bauen konnte und ich möchte einfach auch nochmal um etwas Großes aus dem Weg zu räumen, was mir persönlich auch, also wie soll ich sagen, mich manchmal stört, das ist einfach auch meiner persönlichen Basis und zwar wird sehr oft erwähnt, so hey, klar könnte ich das auch machen, wenn ich von meinen Eltern den Online-Shop oder den Shop bekommen würde. Ja, aber das ist erstens mal völlig falsch, denn ich habe den Online-Shop gebaut, also gebaut im Sinne von einfach aufgebaut, klar, ich habe ihn nicht programmiert, aber ich habe ihn aufgebaut und alles koordiniert, Marketing gemacht und so weiter und das Kapital für den Online-Shop sowie auch das Kapital für alle, also wirklich zu, für alle Trading Card Produkte überhaupt, kommt von meinen Einkünften, die ich damals als Angestellter in der Lehre verdient habe oder jetzt auch aus meinen anderen Unternehmungen, die ich besitze. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern regelmäßig monatlich 10.000 Franken bekomme, damit ich damit Waren kaufen kann. Ganz im Gegenteil. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich meinen Eltern, weil sie ja umziehen mussten, weil die alte oder das, ich sage mal, die alte Wohnung oder halt einfach das Gebäude, wo ich ja auch oft gewachsen bin, abgerissen wird oder halt entsprechend komplett abgerissen wird und sie da ausziehen mussten in eine neue Wohnung, die mehr als das Doppelte kostet, weil sie weiterhin in Zürich leben wollen und ich da einfach sozusagen den ganzen Overhead selber zahle. Sprich, meine Eltern zahlen immer noch gleich viel Miete und alles, was drüber ist, das sind irgendwie 1.500 irgendwas, zahle ich selber on top. Und ich bin in der privilegierten Situation, dass mich das persönlich nicht wirklich stört, aber ich diese Ausgabe halt jetzt trotzdem persönlich habe und ich diese tragen muss und auch will. Und das ist einfach so ein bisschen, was ich hier auch nochmal an dieser Stelle sagen möchte, weil dann viele vielleicht das als Ausrede nutzen, ja der Thomas, der konnte das, weil so und so, in der Realität sieht es halt komplett anders aus. Das ist dann auch der Grund, wieso ich dann sozusagen 100% der neuen AG besitze, weil der Großteil des Geldes, der tatsächlich dann auch in diese AG reingespült wird oder praktisch alles von mir kommen wird, denn ich werde wahrscheinlich, und das ist ja auch ein sehr wichtiger Grund, ja Geld da reinpumpen wollen, damit ich auch immer mehr und mehr Waren einkaufen kann, um Sortiment anzubieten. Dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ihr habt jetzt den Umsatz gehört von ungefähr 28.000 in den letzten 30 Tagen, aber ich habe für über 35.000 eingekauft und meine auch andere Kosten von diesen, ich sage jetzt mal 28.000, bleibt vielleicht als Gewinn vor Löhne, vor, ich sage jetzt mal, allen möglichen Ausgaben noch ungefähr, ich sage jetzt mal, etwas mehr als die Hälfte übrig und dann hat man noch viele Ausgaben, die man tätigen kann oder soll oder sogar muss, je nachdem. und das heißt, ich pumpe auch extrem viel Geld jeden Monat rein aus meinen anderen Unternehmungen, um da auch entsprechend viel und stark wachsen zu können. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Das heißt, das ist für mich auch ein Business, da ziehe ich keinen einzigen Cent tatsächlich aktuell raus, sondern ich pumpe enorm viel Geld rein, ein Zehntausende von Schweizer Franken pro Monat, die ich da reinpumpe. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall, wenn wir alles zusammenzählen, wahrscheinlich so plus, minus auf jeden Fall sicherlich so 200.000 oder so rein gepumpt. Also plus, plus, minus ungefähr. Habt ihr nicht genau im Kopf, das werde ich dann sehen, wenn die ganze Buchhaltung fertig ist für den Abschluss, Jahresabschluss und so weiter. Aber einfach, dass ihr euch das auch vorstellen könnt und ich entnehme da eigentlich kein Geld daraus, sondern ich pumpe da aktuell alles, was so geht da rein oder so viel, wie ich halt möchte, rein, damit ich auch dieses Business wachsen lassen kann. Und dann schaue ich mal, wo dieses Business uns denn so hinführt. Heißt für mich persönlich, in meinen Augen denke ich schon mal sehr stark, dass das jeder, wie soll ich sagen, selber auch aufbauen kann und das auch aus eigener Stärke tun kann, wenn er da auch die Leidenschaft dazu hat, ob das jetzt im Bereich Kleider ist, im Bereich Videospiele, im Bereich Brichmarken, alle möglichen Bereiche, was es da nicht alles gibt. Ich denke, das ist dann nur eine Frage vom Willen, wie viel Zeit möchte man da rein investieren, wie viel Energie, wie viel Spaß macht es und bringt es einem Freude, erfüllt es ein und mich macht es oder mich erfüllt es sehr. Ich habe da sehr Spaß dran, es macht mir auch viel Freude, da mit Trading Cards zu arbeiten, alles Mögliche. und ich hoffe, dieses Video dient auch so ein bisschen als Motivation für viele Leute, die vielleicht sowas machen und auch sehen, hey, man kann das auch selber aufbauen, von Null auf und das Ganze auch entsprechend hoch pushen und da dann auch entsprechend längerfristig auch sich was Größeres damit aufbauen, ohne dass man jetzt da irgendwie, ich sage jetzt mal, als Millionärskind geboren worden ist, vielleicht da nochmal als kleines Detail am Rande, damit das auch klar ist und das meine ich jetzt in keinem Fall irgendwie negativ oder so, sondern rein auch als, dass man wirklich versteht, dass man sich, oder dass man sich eine privilegierte Situation, wo ich jetzt gerade mich auch befinde, sich auch selber aufbauen kann und nicht nur unbedingt in eine privilegierte Situation hineingeboren wird. Jetzt mal mit Ausnahme, dass man vielleicht in Deutschland, Österreich, Schweiz geboren ist, dass das alleine schon ein Privileg ist, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich da an dieser Stelle meine, dass man da auch einfach das Beste aus was machen kann, weil überlegt euch doch einfach mal, fünf, sechs Jahre zurück, ich weiß noch ganz genau, da gab es Stimmen, vielleicht jetzt noch nicht im Blog, YouTube-Kanal, weil ich da den Sparküro noch nicht gemacht habe oder den Spielküro noch nicht gemacht habe, da gab es einige Stimmen, so, ja, lohnt sich das überhaupt, Thomas? Ich meine, die Zeit, die du da investierst, investiere doch lieber in deine Ausbildung, dies, das, jenes. Und in Realität, wenn ich jetzt anfangen auscashen würde und nicht mal so viel Geld reininvestieren würde, verdiene ich tatsächlich mehr, als ich wahrscheinlich, also nur mit dem Online-Shop alleine, würde ich wahrscheinlich mehr verdienen, als ich jemals verdient hätte in meiner eigentlichen Ausbildung, die ich gemacht habe, und zwar in der IT. Das heißt, und ich musste dafür nicht studieren, ich musste auch dafür nicht die Schulbank drücken und in Mathe bin ich auch durchgefallen, wer es nicht glaubt, ich habe da auch schon mal in älteren Videos, glaube ich, mein Zeugnis gezeigt von der Berufsmatura. In Mathe bin ich komplett durchgefallen, also was fällt euch eigentlich ein, hier auf diesem Finanzkanal jemandem zuzuschauen, der in Mathe durchgefallen ist, ja, also, und auch keine Hose anhat, habe ich fast vergessen, dass ich keine Hose anhabe, aber das vergisst man halt oft, wenn man nie eine Hose anhat, und dann vergisst man auch, dass man einfach mal keine Hose anhat. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch so ein bisschen gezeigt, wie sich das über die Jahre aufbauen kann, wie man das auch starten kann und wie das in der Realität auch aussieht mit diesem Approach, dass man sich da langsam hocharbeitet, indem man halt Dinge flippt, sein Kapital immer erhöht, erhöht, erhöht und das nur reinvestiert und nicht sozusagen dann nutzt, um davon zu leben, vor allem, wenn man das nebenberuflich gerade aufbaut. Ich habe das zumindest so gemacht, für mich hat das persönlich auch geklappt und ich habe mehr oder weniger, je nachdem, was da die Definition ist, auch Erfolg damit gehabt bisher und hoffe, ich habe in Zukunft auch noch damit Erfolg, aber die Zukunft wird sich zeigen, ob ich auf dem richtigen Weg liege oder halt eben nicht, aber meiner Meinung nach ist die Hauptsache nicht, dass man das Ziel erreicht, sondern die Hauptsache, dass der Weg zum Ziel extrem Spaß macht, Freude bereitet, einen erfüllt und das tut es auf jeden Fall darum, kann ich euch noch so am Schluss zum Thema Reselling raten. Resellt, also wenn ihr Reselling betreibt, heben wollt, Resellt Dinge, mit denen ihr auch Freude habt oder einen Bezug zu Dingen habt, ich würde zum Beispiel niemals Kleider resellen, ist einfach nicht mein Thema, aber halt Trading Cards und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, ich wünsche euch auch einen super schönen Rest vom Dezember, ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen, teilt das auch gern mit Freunden, die vielleicht auch im Thema Reselling vielleicht das ein oder andere lernen wollen oder vielleicht auch mal durchstarten wollen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Checkt, wie schon gesagt, den Kanal Spielkoyote ab für zukünftige Reselling Videos im Thema Trading Card und Co., würde ich mich auf jeden Fall riesig, riesig, riesig freuen und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr da auch mitdiskutieren wollt mit anderen Resellern, einfach in den Finanzruhle Discord, Videobeschreibung, abchecken, da ist alles verlinkt und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.